So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Mini-Varios. No. Und heute mal alleine. Leider. Lo, was haben wir denn hier? 400 Quests. Oh, das ist geil. Ich weiß gar nicht, wollen wir da jetzt vielleicht nochmal gucken, ob wir nochmal runen? Ich hätte eigentlich schon Lust drauf. Was haben wir denn hier? Hä? Hä? Nö, okay. Dann tun wir hier noch fix die Sachen clearen. Ganz easy. Claim. So, die schieben wir mal fix rüber. Gut. Nein. Ja. Claim. So. Ein Mounted Archer kriegen wir locker hin. Zack. Zwei Peak Manurals. Zack. Zack, 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 zack. Auch easy. Fix das Gold rausnehmen. Ich weiß, ich war eine Weile nicht mehr online. Zack. Komm, jetzt an. Komm, jetzt an. Too late. Kriegen wir auch hin. Ups. So. Ah, komm, jetzt an. Hier noch fix. Dann noch fix. So. Haben wir noch irgendwas offen? Nein. Nein. Dann gehen wir jetzt mal ein Zuckerhaus. Machen wir noch ein paar Kissen auf, die ich übrig hab. Glowy Chest. Vier. Kommen wir auf. Oh, das ist nice. Mysterious Chest. Heute auch's Daily Drop bekommen. Mh, das ist auch nice. Machen wir hier noch zwei Silbertrone auf. Ah, nur Gold. Das ist aber auch nicht schlimm. Oh, wir haben zwei Goldschlüssel. Dann kriegen wir wahrscheinlich auch noch wieder kurz. Uh, das ist nice. So, was kriegen wir hier raus? Ah, schau. Davon hab ich schon viel zu viel. Ah, diese Equipment. Zu viel über. Ich hab noch einen Sterne. Oh Gott. Ich soll vielleicht mal alles verkaufen. So. Haben wir noch irgendwas zu erledigen? Ja, wir wollen zweimal rollen. Dann können wir auch gleich noch die Daily Refresh nehmen. Zack. 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 Und zack. Und? Ich spannen Momente. Äh. Und wie er scheiße war. Ah, zweit Kackbogen. Kackbogen schützen, Alter. Mir hätte ich ihn hier von gerne eigentlich noch. Ali wäre natürlich geil. Ragnar wäre geil hier. Kennen kriegt man nur durch eine Quest. Wohin wir uns heute auch weiter dran setzen werden. Elich und Hedwig wären auch geil. Die beiden wären auch richtig cool. So, was wollen denn hier? Wieder. So, gucken wir noch mal in den Baracks, ob wir da irgendwas verpassen können. Nein. 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 Haben wir hier schon bei Filinos den Skill komplett hoch? Äh, Filinos? Ja, haben wir. Da bin ich noch am überlegen, ob ich das jetzt mache. Hm. Dann gehen wir erstmal in die Fights rein und finden ja gleich Instance auf Hedwig los. Okay, gehen wir halt mal rein. 86.000 Attack-Bow dürfen wir easy schaffen. Hm, das lädt schon wieder sehr lang. Hm, das lädt schon mal rein. Und... Und... Hm, das darfst eigentlich easy gehen. Ja, klar. Ja, easy. Easy. So, dann gehen wir mal auf Return. Return. Saladin. Ich hätte allgemein wieder ganz vier Sterne, vor allem weil ich dann wieder eine Fünf-Sterne-Waffe bekommen. So, dann gehen wir halt noch auf den, zack. Oh. Das hat viel Attack-Power. Äh. Ah, jetzt noch. Hä? Trilter? Da. Da fängt jemand etwas über Steam schreiben. Easy. So. Zack. 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 So, we... So, machen wir hier gleich mit dem nächsten weiter. Entschuldigung, wegen des Schweigefors. So, bloß, der will halt... Oh, I giving overpay, so don't want this. Ahaha, come on. So, machen wir hier mit dem nächsten fight weiter, um die Mission hier weiter abzuschließen. So, ich hätte den Kuhn hin können. Zack, eins, wir noch einsetzen. Und klack. Und klack. Oh, komm, wir müssen hier noch mitsetzen. So. Entschuldigung. Ja, den dürfen wir easy schaffen. Oh, der findet uns das sogar hier. Schaut ihn euch an. Seine Healing Skills. Jetzt... Wo ist irgendein Grundstil, dass ich nur elf was... Okay... Haben wir es jetzt so langsam? Ne, da oben ist noch Leonidas und... Doch, nur noch Leonidas, oder? So, oben noch wer? Sieh's nicht. Ah doch, es lebt nur noch Leonidas und der ist gleich... Oh, die Armee. Diese Armee. So, dann haben wir es auch easy. Dann gehen wir wieder auf Return. Return home. Würde ich mal sagen, machen wir noch die Cases auf, die wir dadurch bekommen haben. Wenn diese Kiste hier... Ja, ist man nicht hier oben. Ah, haben wir hier, oder... 70, okay. Das... Das... Das macht nicht, leider. So. Pff. Pff. Hm. Hm. Sieht nicht so aus, das wird man dann nächster verschaffen. Schaut doch. Das... So, dann machen wir wieder auf Fixi-Cases auf. Zack. Äh... Wow, Gold. Sehr schön. Oh, den können wir eigentlich auch noch gleich ausüllen. Ah, aus... Versponnen. Aus... Rüsten, besser. Der braucht noch einen anderen. Zack. So, dann würde ich sagen, das war's wieder mit einer weiterfolgenden. Wenn es euch gefallen hat, bitte einen Daumen hoch lassen, ein Abo gerne da lassen und bis zum nächsten Mal und tschüss.